Ich arbeite seit 2019 an der Stabsstelle der Gestaltung des Germanischen Nationalmuseums und mein Lieblingsort ist jetzt hier die Karthäuser Kirche, beziehungsweise die Empore der Karthäuser Kirche, einfach weil man so eine schön privilegierte Aussicht auf den Kirchenschiff des 14. Jahrhunderts hat und natürlich man genießt diesen wunderschönen Tageslicht mit den Kunstobjekten aus dem Mittelalter.